Hi und Willkommen. Mein Name ist der MiroLP. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt. Und zwar Donkey Kong Country mit dem Super Nintendo. Wie geht denn hier alles? Wieso schon mal nicht? Du rennst mit Y. Ah ja, hier sind ja, hier sind ja irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Knöpfe verfügbar. Oh ne, oh! Die Bananen sind weg! Was machen wir denn jetzt? Ja, neu holen. Du kannst auch da oben drauf springen. Wo? Na da, über die Höhle. Du kannst auf die Höhle drauf springen. Was mach ich da? Siehste? Das ist ein Kong. Oh. 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 Das ist runtergefallen. Ich muss mir einen Kopf kratzen. Hier sehe ich sie an. Mach ja nicht, rast aus. Rast du doch nicht aus, Donkey Kong. Komm. Weiter. Da war's. Ich hab noch gar nicht geworfen. Weil du auf dem Kino gesprungen bist. Verdammt! Ah! Wut! Wut, Trauer, Verzweiflung. Diggi, beruhig. Ich schaff's da auch los. Hä. 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 Wut. 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 So. Äh. Ah. Nein. Man soll sein. Ey, was hat das? Ich mag das Spiel nicht. Ich verarsche mich die ganze Zeit. Ich fühle sich einfach gemobbt. Ich bin gemobbt von dem Spiel. Ich komme in den Bosskampf rein mit Dreck getroffen. Nö. 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 Ja, gut. Ähm. Wir haben's gemacht. Dank. Kommt ja wieder wie Metroid runtergeschossen. Okay. Nope. Oh. Oh. Okay. Du erhältst eine weitere Chance. Dieses Spiel ist doch nicht ganz so gemein zu dir. Nope. Was soll das? Du bist zu langsam. Nope. Boah. Ich glaube, du fühlst dich beim Spiel echt gemobbt. Okay, so. Oh, danke. Hast du geschafft, Dreckus. Mein Gott, ey. Boah. Was war dein Mann? Ey. Aber es war nicht schlecht. Du bist sehr weit gekommen, ey. Ah. Ah. Boah. Das war dein Mann. Ey. Nein. Nein. Denk nicht darin, weil ich das mit Absicht gemacht habe. Nein. Woll ich niemals tun. Okay. Der Böhmbel Tempel. Okay. Du kommst nicht hoch. Du kommst nicht hoch. Ja. Was? Was ist das denn? da war rutschig dabei hat jemand eingeölt er will mich ja ich war ja ich bin doch gerade abschließen ja das wollte ich nicht passiert übrigens die klappt aus die tun wir nix können wir nix können extra nicht erreichen ein besonderes gefahren offensichtlich nicht gut genug ich kann es natürlich keine gegner mit denen dann sagt man jetzt nicht das wäre klar ich drücke sprechen sieht mir aber nicht so aus ich werde schon genug mit fels versorgen diese kann ich mir noch genügend um es doch zu schneiden ja ich kann es ja kommen wir hatten mein du hast ja der letzten sender und lässt ich habe getötet nur für dich ich verarschen muss ich das machen wir sind da jetzt passiert sie behalten genau da hat man fast in die fresse geworfen ich habe da gerollt man kann so nicht in die reine wollen wieso mal die freundschaft es ist klar ist das nicht klar überhaupt darauf dass wir irgendwann in diesem spiel klar ist hast du gesehen wie ich spiele du spielst doch verdammt gut nein 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 du bist auch so knapp ah so knapp ah geh weg ey ich brauch dein mitleid geh rein jetzt geh gefälligst rein ey Ich lasse mich ab. Jetzt geh schon rein. Okay, okay, ist ja gut. So. Da muss man sich verdienen, ne? Du hast es nur verdient, alter. Ja. Was zur Hölle? Das ist jetzt gerade einfach beinig. Ey. Nee. Dieses Mal kacktisch, weh. Dieser blöde Affe. Dieser blöde Affe. Nein! Rope Bridge Rumble. Das heißt auf deutsch selbst gestrickte Brücken. Okay. Also dann muss ich jetzt gerade echt mit den Augen rollen. Was ist das denn? Ich bin nur bei den Reifen rumgerutscht. Ich habe mir so gefallen. Meine Früße sind auch rutschig vom Eisland. Warum es was? Ja, ich weiß. Oh. Richtig ab. Richtig ab. Wut. Was war das? Das war ein Amadeur. Äh. Ja. 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 Ich kann meine Flugrichtung in der Luft nicht ändern. Au. Mh. 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 cond Mh. Mh. Ich hab schon wieder meine Aggressionen, Didi. Was kann ich denn dagegen machen? Halt mal meine Pillen bereite. okay alles klar. Mh. 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 ich hab dann allerdings von rechts geguckt du bist gerade in der luft gelaufen dass er gerade voll sind dass er gerade voll sind das habe ich auch gerade gemacht ich war genau das gleiche gemacht gerade aber dann bei mir nicht geklappt das spiel habe ich da auch an der stelle geduld ist gestorben weil man ein paar größer bis als ich ich sehe schon wieder dinge kann er sagen wir waren muss ich schon wieder vertreten die die Machenne, wir haben keine Zeit. Ich muss mich konzentrieren. Machenne! Ich muss mich konzentrieren. So! So passen meine Shows. Freie Leben. Psych! Nein! Nein! Voll im Weg abgeschnitten, ey. Okay. Oh Gott. Hey, da bin ich wieder. Hallo, Donkey Kong. Ja, hallo. Er schießt mich. Ah! Boah! Das habe ich so... Oh, Mann! Ich glaube, das hat Exit für eine, ey. Oh, nee, der bringt mich um. Guck dir an, wie soll ich da durchkommen? Er hat ein Maschinengewehr. Ja? Irgendwie bin ich voll schlecht abgetimt. Warte, mach. Warte, mach. Nee, das habe ich doch, ey. Wir müssen ja da durchkommen. Das ist auch möglich. Na, okay. Äh, rechts war das, ne? Verständnst du mich? Das war's. 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 Du hast das gesehen, Tonki, kommst du das gesehen. Ich höre ihn einfach von hier aus. Okay. Oh ja, 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 oh ja. Oh, ich kriege so einen Kotz in hier. Oh, nein. Wir werden es ja immer in den selben, in den selben in alles rein. Oh Gott. Ist das jetzt gerade knapp? Ich glaube, das ist mein zweiter Vorname. Was sollte das denn? Wolltest du damit irgendetwas bezwecken? Ich frage nur. Ich würde mal ein anderes Spiel aus der Jump'n' Run singen. Ich fange langsam an zu glauben, ich bin nicht so gut in diesem Spiel. In dieser Spielart? Ja. Die Allianz-Planken. Da ist er. Hey, was geht. Oh. Der ist aus Smash Bros. Ja. Da ist er. Oh. Oh. Oh, das hat er gemacht. Oh nein, das ist nicht. Oh. Oh nein, das ist nicht. Oh nein, sehe ich schon die riesen Wanner. Hallo da! Die will ich. Ich will die auch. Oh, die mehr, die die kommt. Oh, die mehr! Was machst du da? So will ich weggehen? Warum? Musik passt ja nicht so zum finalen Box, finde ich. Wie von fröhlich, die Musik. Weißen wir ja die Bösewichte. Nee, nee, nee. Sieht ja die. Nee, nee, nee. Musik klappt mir was anderes. Ich muss da eigentlich für so ein epischer Chor kommen. Das wird nicht passen. Ich meine, muss man auch noch einmal treffen. Da ist es down. Ja, oder okay. Aber ja, irgendwie nicht so. Schatz, Fritz. Hey, Crates wird mit C geschrieben. Ja. Ja. Crates auch. What? So. The End? Ja. Wir haben 101% oder so. Wir haben erst 100%. Ja. Das war natürlich noch nicht am Ende. Was? Du hattest recht. Er muss neunmal getroffen werden. Damit er darum geht. Aber wir sind jetzt in seiner letzten Phase. Weil wirklich viel macht er jetzt auch nicht mehr. Ja, das war ausgedrückt. So, man kann nennen die Credits, man. Ja. Das war sein Trick. Okay. Denn jetzt heißt es eins, zwei, drei, vorbei. Day it down. Okay. Und ich steck die Banane ein. Das war's. Gut. Okay. Geiles Spiel. Boah. Champion. Hey, DK. Was ist? Guck mal was. Was ist? Guck mal was. Was? Ich will mich verarschen. Deswegen muss ich zur Therapie. Äh. Alter. Was soll ich das? Feig. Hey. Oh. Oh. Kinderstehung. Oh. Was? Ich bin fair gebissen. So, jetzt haben wir hier die wahren Credits. Gut. Ja, gut. Okay. Daniel, holt dein Fazit. Ich bin wirklich nicht. Oh ja, Mann. 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 Oh ja. Oh ja, Mann.